Es wird Zeit, ich brauche meine Ex-Freundin. Bereite alles vor. Ihre Einsätze sind gefährlich und gewagt. Sie kämpfen ohne Limit. Ihre Gegner sind Kriminelle, Betrüger und Erpresser. Verbrechen ohne Grenzen. Alle Einsätze haben höchste Priorität für das Team von Sokovly. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willst du mir nicht erzählen, was genau passiert ist? Ich meine, wir haben beide etwas Schlimmes erlebt und über mich weißt du jetzt auch schon ein wenig. Und ich würde ein wenig mehr über dich erfahren. Ich möchte aber jetzt gerade nicht mit dir darüber reden, okay? Du möchtest mit mir nie darüber reden, aber ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten. Wenn der Zeitpunkt reif ist, dann sag ich es dir. Ach, und wann soll das sein? Wenn ich mal vor deinem Grab stehe und du vor meinem oder was? Wir sind Partner und wir müssen als Team arbeiten und wir müssen uns vertrauen. Ich will dir doch nur helfen. Du solltest dir erstmal selber helfen, Saskia. Immerhin hast du ein Arschloch als Ex-Freund. Ja, vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Wieso weiß ich, dass ich da jetzt nachgehen muss? Na toll. Wird Zeit für eine Subaktion. Mein Partner ist ein Arsch, mein Ex-Freund ist noch ein größerer Arsch und meinen Sohn sehe ich nie. Ich führe wirklich ein tolles Leben. Hallo, Schatzi. Na toll, du hast mir gerade noch gefehlt. Es freut mich auch, dich wiederzusehen. Du musstest mir da einen Gefallen tun und ich würde mich sehr über eine Kooperation mit dir freuen. Ich habe auch eine Kooperation für dich. Du bist verhaftet, also du und deine Clowns legen sich langsam auf den Boden und keinem passiert etwas. Nicht der Scheiß schon wieder. Du weißt doch, das zieht bei mir nicht. Also folgendes. Ich bräuchte da mal ein paar nähere Informationen über den Aufenthalt eines Kronzeugen. Und du wirst mir ganz bestimmt da ein paar Sachen erzählen. Ein Scheiß werde ich tun. Ich ahnte so etwas. Schnappt sie euch! Ich ahnte so etwas. Na endlich, da bist du ja! Verdammt, Nico, wir müssen hier weg! Was ist? Enrico jagt mich! Was? Ja, wir müssen hier weg! Hier wird man uns erstmal nicht finden. Was ist passiert? Enrico will irgendwelche Infos über einen Kronzeugen haben und er glaubt, dass ich ihm dabei helfen kann. Aha, okay. Aber erstmal sind wir vor den Typen hier sicher. Du, Nico, es tut mir leid, dass ich dich mit deiner Vergangenheit unter Druck gesetzt habe. Und okay, ich war ja auch nicht ganz brav. Nico Herzog, der Mann mit der traurigen Geschichte. Was willst du, du Penner? Er kommt gleich zum Punkt. Wenn nicht gar ein wenig wütend, nimm dir mal ein Beispiel da ran, Saskia. Schnauze! Ich brauche Informationen, wo sich ein Kronzeuger aufhält. Er hat mir ein wenig geschadet und ich muss ihn besuchen. Sollten Sie auf eine Kooperation einsteigen, werde ich Ihnen Informationen geben über die Typen, die Ihren besten Freund auf dem Gewissen haben. Was? Woher haben Sie diese Informationen? Ich weiß mehr als genug über sie. Es liegt bei Ihnen. Nico, tu es nicht! Warte lange auf diesen Augenblick, endlich die Menschen zu fassen, die für den Tod meines besten Freundes verantwortlich sind. Dann sind Sie ja einen kurzen Augenblick davon entfernt, endlich herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Also schnappen wir uns das Kartoffelgesicht, das die Leiche weggeschafft hat. Vertrauen also, huh? Ja, vertrauen. Ich will, dass du mit mir redest. Was ist los? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Sicher kannst du. Wissen Sie, Enrico? Früher hätte ich Ja gesagt. Aber heute sage ich Nein zu ihrem Angebot. Ich werde diese Menschen auch so kriegen. Hm. Sie verspielen sich damit eine einmalige Chance, aber okay. Dann komme ich halt anders an die Informationen ran. Du putzt sie bitte weg. Danke. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Prozess. Ach, tust du jetzt einen auf Frauenleser? Ich weiß, wen Enrico killen will. Na dann mal los. Nachdem Enrico ja nicht auf unseren Trick mit dem Menschenhandel reingefallen ist, habe ich mir mal seine Akte reingezogen. Ein gewisser Harald Seram hat gegen Enrico ausgesagt und wurde dann ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Er weiß so einiges über Enrico und vielleicht weiß er etwas über den Tod meines besten Freundes. Oder er weiß, was Enrico damals getan hat. Ich suche die Leichen ja immer noch. Wir werden uns Seram gleich rausbringen. Dann werden wir ihn das selber fragen können. Wir sollten in erster Linie ihn schützen, damit Enrico ihn gar nicht erst in die Finger bekommt. Genau. Saskia, bist du okay? Ja, so halb. Scheißkele, du hast uns wieder einen Schritt zuvor gekommen. Ja, aber wie? Ich weiß es nicht. Das mit deinem besten Freund tut mir leid. Schon okay. Ich konnte den Tod meines besten Freundes nicht verhindern. Das hat mich gespalten. Jetzt hast du ja eine neue beste Freundin. Anscheinend, ja. Nachdem uns die Polizisten Herzog und Hagen ja nicht die Infos gegeben haben, die wir wollten, musste ein anderer Polizist uns halt unterstützen. Immerhin hat seine Familie den Kopf hin hingehalten. Seram ist tot und wird nie wieder was gegen mich oder uns in der Hand haben. Unser nächstes Ziel ist Nico Herzog. Der Typ könnte uns gefährlich werden.